Musik Ich hoffe, dass Sie hier sehr viele waren und Möglichkeiten überlegen, wie das gemacht worden wäre. Was besonders faszinierend war, ist einfach, dass das Ganze von unten ausging. Es war nicht durch die ÖH zum Beispiel organisiert, sondern es war einfach der Wille von einigen wenigen Studierenden am Anfang, die gesagt haben, sie haben die Nase voll, sie können so nicht mehr weitermachen. Und das entwickelt sich jetzt halt auch mit dem Arbeitsgruppensystem, was sich hier langsam etabliert. Wir sind jetzt hier den dritten Tag im Audimax und die Menschen fangen an, das Leben hier, ihre Bildung und ihre Sachen, die sie machen wollen, anzubieten und sich selbst einfach dafür einzusetzen, dass es stattfindet. Und das ist extrem interessant. Es gibt über 16, 17 Arbeitsgruppen, glaube ich, 30 Arbeitsgruppen momentan, die sich mit allen möglichen Themen beschäftigen, sowohl mit der Selbstorganisierung des Lebens hier, das wir faktisch haben. Wir schlafen hier, wir essen hier, wir leben hier. Und auch mit inhaltlichen Fragen, mit den Forderungen, mit Themen wie Rassismus, wie Themen, die einfach irgendwie wichtig erscheinen und wo es Arbeitsgruppen dazu geben muss. Ich denke auch, was halt ganz wichtig ist, ist, glaube ich, dass bei dieser Besetzung, die hier stattfindet, die Arbeitsgruppen das zentrale Element sind. Dort, wo wirklich entschieden wird und wo demokratisch entschieden werden kann, sind die Arbeitsgruppen. Wir haben ein Plenum mit 1.500, ich sage nochmal, 1.500 Leuten minimum, jeden Tag, die gemeinsam über Sachen diskutieren. Aber die Arbeitsgruppen sind genau unsere Gremien. Da kann jede und jeder sich organisieren, über die Themen diskutieren, die Sie oder Ihnen interessieren. Sie können ausführlich besprochen werden und diese Berichte der Arbeitsgruppen im großen Plenum erleichtern die Arbeit einfach ungemein. Jede Person hat im Plenum Rederecht. Wenn Entscheidungen gefällt werden, hat jede und jeder auch das Recht, seine negative Meinung, in Anführungszeichen, also seine nicht dem zugeneigte Meinung kundzutun, jederzeit. Und das finde ich halt echt interessant, dass wir trotzdem zu Entscheidungen kommen, dass diese Selbstorganisation so gut funktioniert inzwischen. Erzähl uns doch mal, warum du denkst, dass das hier etwas Besonderes ist und warum wir im Gegensatz zu anderen Protesten so gut funktionieren. Also ob wir so erfolgreich sind, werden wir ja noch sehen. Aber warum es so gut funktioniert, ist sicher, weil es eine relativ flache Hierarchie gibt nur. Also das heißt, dass es kein organisatorisches Zentrum gibt, wie das früher unter der ÖH oder mit der ÖH war, die zwar schneller was organisieren können, also wenn es einen hohen Organisationsgrad gibt von vornherein, dann kann man schneller was organisieren. Aber es ist ein gleichzeitiger Nadelöhr, die Infrastruktur. Und je flacher das ist, und das sieht man jetzt da, je wirkmächtiger wirkt es. Weil die vielen Knotenpunkte, die an dem Netzwerk mitarbeiten, gleichzeitig Verstärkerinnen sind, gleichzeitig Ressourcen sind, gleichzeitig Fundraiser sind in dem Sinn, dass sie weitertragen, was benötigt wird und Aufgaben übernehmen. Also wenn man beispielsweise über Twitter irgendwas losschickt, was dringend benötigt wird, dann sitzen zu Hause Hunderte oder Tausende, das weiß man nicht so genau, die dann das machen können. Und die brauchen dann nicht die Erlaubnis von irgendwem, sondern die tun das dann einfach. Also das heißt, man kann relativ schnell relativ viele Ressourcen akquirieren, viele Ideen zusammenbringen. Es gibt einen ganz einen dichten, hohen Informationstausch. Und es ist nicht eine Organisation als Nadelöhr da, weil es nicht hierarchisch gefiltert werden muss. Die allerwichtigsten Informationen findet man auf unserer Webseite, die hier von diesem fleißigen Team hier und auch von dem Luca Hammer, der sollte extra erwähnt werden, aufgesetzt wurde. Die findet man unter www.unsereuni.at. Da finden sich alle Neuigkeiten, Informationen und so weiter. Die ist hochgradig geschätzt anscheinend von den Usern. Es wurden jetzt in den letzten, ich glaube, 20, 15 Stunden in etwa 10.000 Unique Users, also verschiedene Menschen, die darauf zugegriffen haben, gezählt. Also das ist eine ziemlich phänomenale Zahl. Wichtig ist auch unsere Facebook-Group, die sich nennt. Facebook-Group nennt sich Audimax-Besetzung irgendwas. Wichtige Infos findet man auch auf Twitter. Wie Twitter funktioniert, sollte man dringend lernen. Das ist eine absolute Zukunftstechnologie, absolut einfach Live-News. Dort einfach nach dem Hashtag unsere Uni oder Audimax suchen. Und als letztes sollte noch genannt werden der Livestream, der sich auch unter anderem auf unserer Webseite befindet, aber auch auf einem Livestream-Anbieter, dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Ustream genau. Dort haben wir so ungefähr 1.000 Viewer, also auch eine ganze Menge. Ins Audimax passen, sagen wir, 500 Leute rein. Und da waren eigentlich heute den ganzen Tag 1.000 Leute drauf. Insgesamt haben schon 27.000, war glaube ich die Zahl, 27.000 verschiedenen Leute bei dem Livestream vorbeigeschaut. Also wir machen im ORF schon Konkurrenz. Ansonsten Flyer gibt es, hier gibt es viele Informationen. Ansonsten Flyer gibt es, hier gibt es viele Informationen.